Hallo, ich heiße Irina. Willkommen zu neuem Step Video. Heute trainieren wir wieder zusammen mit Veronika, hallo. Heute haben wir drei Blocks. Ganz kurz, aber schön intensiv. Weniger schnacken, gleich loslegen. Und zwar marschieren auf rechts. Einatmen. Ein. Nochmal. Step Front. Noch vier. Drei. Zwei. Diagonal. Vier. Drei. Zwei. Nochmal Front. Step Touch. Gleich erster Block. Vier. Drei. Zwei. Knee Lift. Arm vor. Schön hoch. Gerade Rücken. Noch vier. Zwei. Repeater. Drei. Ich ändere schon. Und zwar es wird Typ unten. Komm mit. Sehr gut. Ich ändere nochmal. Das wird Typ bleibt, aber L. Komm. L. Wir lassen erstmal die Arme weg. Sehr gut. Aufpassen. Letztes Mal. Rüber. Doppelt. Nochmal. Nochmal. Nach hinten. Knee Lift. Step Up. Hoch. Sehr gut. Noch vier. Noch vier. Drei. Zwei. Von vorne. Knee Lift. Arm vor. Genauso wie gerade eben. Noch zwei. Repeater. Drei. Ich werde nicht mehr vorzeigen. Wir machen jetzt Typ unten. Einmal noch. Elf. Step. Mit Tipp zusammen. Arme einfach weglassen. Super. Letztes Mal. Rüber. Nochmal. Einer. Knee Lift zurück. Tap Up. Perfekt. Es wird nur ein Doppel. Es wird nur ein Doppelten sein. Ein Double Step. Okay. Und dann sofort. Knee Lift zurück. Und Tap Up. Versuchen wir. Noch vier. Drei. Zwei. Erst Elf. Step mit Tipp. Rüber. Knee Lift zurück. Tap Up. Fast umgefallen. Genauso mit Tipps. Genauso mit Links. Vier. Drei. Zwei. Elf. Step. Double. Knie. Tap Up. Double. Springen. Ich nehme auch schon die Arme mit. Du kannst auch gerne schon. Und los. Arme hoch. Und Kreis. Knie. Tap Up. Perfekt. Links. Vier. Drei. Zwei. Von vorne. Und. Knie. Irgendwie. Irgendwie halte ich mich nicht fest. Vier. Drei. Zwei. Anfangen jetzt. Chasse. Nih Lift. Tap Up. Noch vier. Das ist der erste vollständige Schritt. Zwei noch. Anfangen. Anfangen. Und. Knie. Super. Klasse. Wir sind wieder rechts. Wir machen noch zweimal. Anfangen jetzt. Tap Up. Ab. Noch vier. Drei. Zwei. Mit links. Aufpassen. Basic. Toll. Wir sind aber links. Aufpassen. Vier. Drei. Zwei. V-Step. Öffnen. Ja. Dieser V-Step drehen wir. Ich zeige erstmal vor. Wir gehen diagonal. Kommen runter. Sind wir da. Da. Komm. Bleib im V-Step. Nochmal. Bleib hier. Perfekt. Beim Hoch. Beim Drehen. Gleicher Arm. Gleiches Bein. Und. Bleib hier. Vier. Drei. Zwei. Reverse. Hoch. Gut. Von Anfang an. Es geht los. Basic. Okay. Reverse in. Vier. Vier. Drei. Zwei. Reverse. Arm hoch. Basic bleibt. Nochmal Reverse. Klasse. Ganz von vorne. Es geht los. Tap Up. Sehr schön. Vier. Drei. Zwei. Jetzt Basic. Wir sind rechts. Wir drehen sofort. Wir machen kein V-Step. Wir machen sofort Reverse. In vier. Drei. Zwei. Arm hoch. Drehen. Bleib hier. Toll. Zwei. Reverse. Bleib hier. Okay. Alles zusammen. Von vorne und. Aufpassen. Reverse. Tap Up. Gut. Nochmal mit rechts. Vier. Drei. Zwei. Anfang. Und. Reverse. Tap Up. Drei. 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 Let's smile. Basic. Von vorne links. Reverse. Basic. Sehr schön. Einmal noch auf links. Vier. Drei. Zwei. Anfang. Anfangen. Und Reverse. Tap Up. Sehr schön. Letztes Mal. Basic hoch. Wir sind wieder rechts. Das war erster Block. Jetzt kommt der zweite schon. So schnell. noch vier. Drei. Mambo seitlich. Ne diagonal. Alles gut. Die Arme sind schon richtig. So werden die Arme sein. Mambo. Vier. Drei. Zwei. Knee Lift. Letztes Mal. Mambo. Links. Zwei noch. Knee Lift. Letztes Mal. Mambo. Perfekt. Beim Knee Lift enden wir. Leg Lift zur Seite. Vier. Drei. Zwei. Zur Seite. Arme auch. Ja. Perfekt. Letztes Mal. Mambo. Bist dabei, ne? Leg Lift zur Seite. Letztes Mal. Mambo. Wir brauchen jetzt von jedem eins. Das zählt noch nicht. Okay. Jetzt einer noch. Leg Lift. Wechseln. Mambo. Leg Lift. Noch zwei Stück. Leg Lift. Letztes Mal. Und kommen basic. Super. Das war schon die Hälfte von dem zweiten Block. Und beim basic. Machen wir einfach hin und zurück. Ich zeige vor. Okay. Vier. Drei. Zwei. Drehen. Rauf. Rauf. Bleib im basic. Nochmal jetzt. Bleib hier. Diese basic machen wir als Boxstep. Seitlich. Okay. Du darfst natürlich zuschauen. Wir machen sofort, oder? Vier. Drei. Seite. Wir zeigen vor. Bleib im basic. Basic. Okay. Komm jetzt auch mit. Komm. Und basic. Und jetzt schön hochspringen. Und. Bleib hier. Perfekt. Nochmal. Und. Super. Mambo. Jetzt. Seite. Und basic. Wir sind links. Auch hier machen wir genauso. Erstmal hin und zurück. Vier. Drei. Zwei. Rüber. Bleib im basic. Seh schön. Machen wir nochmal. Komm. Bleib im basic. Springen, ne? Und los. Boxstep. Boxstep. Und basic. Nochmal box. Und basic. Seh schön. Von vorne. Mambo jetzt. Seite. Basic. Ich möchte nur, dass wir links, rechts sind. Okay. Wir fangen rechts an. Zweiter Block komplett. Mambo. Dann Seite. Und dann box springen. Vier. Drei. Zwei. Mambo. Seite. Und box. Tap up. Sehr schön. Wir sind schon links. Wir sind schon links. Klasse. Und das war der zweite Block. Machen wir natürlich mehrmals. Vier. Drei. Zwei. Mambo jetzt. Seid. 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 Lift. Und tap up. Sofort. Wir sind wieder rechts. Von vorne. Zweiter Block. Und. Box. Tap up. Links. Links. Nochmal links. Dann machen wir eins, zwei zusammen. Mambo. Und box. Tap up. Kennen wir noch erster Block? Uhu. Elf Step. Wir machen nur den ersten. Nur zur Erinnerung. Der zweite war ja gerade. Da ist er ja noch im Kopf. Okay. Vier. Drei. Zwei. Elf Step. Komm. Rüber. Elf Step. Zurück. Reverse. Basic. Tap up. Wir brauchen ja ein anderes Bein. Einer noch. Basic jetzt. Links. Nochmal erster Block nur. Okay. Noch vier. Drei. Zwei. Es geht los. Elf. Reverse. Tap up. Letzter. Basic hoch. Wieder rechts. Eins und zwei zusammen. Ohne Pause. Danach erst. Ja. Wir probieren. Vier. Drei. Zwei. Elf Step. Und. Elf Step. Reverse. Mambo. Fliegen. Fliegen. Zur Seite. Und Box. Tap up. Alles gut? Ist okay? Perfekt. Bei dir auch? Ich denke schon. Vier. Drei. Schill mit links. Vier. Drei. Zwei. Erster Block. El. Reverse. Mambo. Fliegen. Und Box. Tap up. Klasse. Machen wir noch einmal. Einmal auf rechts. Und dann einmal auf links. Damit du schön fest im Kopf sitzt. Vier. Drei. Zwei. Drei. Von vorne. Reverse. Mambo. Fliegen. Und Box. Tap up. Nochmal links. So kleine Verschnaufpause. Noch vier. Drei. Zwei. Anfang. El. Reverse. Mambo. Fliegen. Seite. Und Box. Tap up. Klasse. Dritter Block. Wir brauchen drei Stück von Doppelstomp. Ne. Zwei Stück. Los. Doppelt. Eins. Zwei. Drei. Beine hinten. Nochmal. Und eins. Zwei. Dritte. Immer gleiches Bein. Nochmal. Das enden wir natürlich. Ich mag es schon. Du magst noch Veronika. Das ist der erste. Zweiter. Dritter bleibt. Komm zur Seite. Dritter bleibt. Nochmal. Doppelstomp. Ich sage einfach zur Seite. Dritter bleibt. Ich ändere den dritten jetzt. Ihr macht noch so. Mit Veronika zusammen. Das wird ein Tango. Komm mit jetzt. Tango. Nochmal. Eine letzte kleine Änderung. Tango. Wenn es geht. Hinten. Jetzt. Tango. Tango. Tap up. Sehr gut. Letztes Mal. Basic. Wir sind links. Genau so. Erstmal drei Stück Doppelstomp. Vier. Drei. Zwei. Es geht los. Eins. Zwei. Dritte. Nach hinten. Nochmal. Und eins. Zwei. Dritte. Gleich zur Seite. Mit. Ach, dann gibt es die Musik noch dazu. Dritter bleibt. Nochmal. Tango oben. Nochmal. Ach, das sieht so gut aus. Tango rüber. Nochmal. Nochmal. Klasse. Das ist vollständiger dritter Block. So einfach geht das. Tipp ab und hoch. Letztes Mal. Basic. Alles klar. Alles klar. Wir machen jetzt folgendes. Dritter Block. Erst auf rechts. Pause. Dann auf links. Pause. Dann geht es wieder alles zusammen. Okay. Juhu. Vier. Drei. Zwei. Dritter Block. Tango rüber. Tango. Tango. Tap up. Und. Hoch. Letztes Mal. Basic. Sehr gut. Vier. Drei. Zwei. Drei. Dritter Block. Tango rüber. Tap up. Und. Drei. Letztes Mal. Basic. Wir sind wieder rechts. Ein, zwei, drei zusammen. Okay. Elf step. Elf step. Reverse. Mumble. Fliegen. Box. Aufpassen. Stopp Seite. Und. Sehr gut. Tango. Rüber. Tap up. Vier. Drei. Klasse. Zwei. Von vorne. Und. Reverse. Mambo. Fliegen. Und Box. Seite. Ja. Tango. Tap up. Sehr schön. Alles zusammen ohne Pause. Finale. Von vorne. Und. Reverse. Mambo. Fliegen. Box. Seite. Stomp. Tango. Rüber. Von vorne. Elf. Reverse. Mambo. Fliegen. Box. Seite. Stomp. Sehr gut. Und Tango rüber. Anfang. Ohne Pause. Durch. Reverse. Mambo. Fliegen. Box. Und Seite. Tango rüber. Von vorne. Letztes Mal. Reverse. Mambo. Fliegen. Box. Und dann Seite. Klasse. Und Tango. Pose. Juhu. Sehr gut. Toll gemacht. Kleine Verschnaufpause. Ja, kleines Cooldown. Marsch auf rechts. Und rechts. Ganz klein. Tap front. Vier. Drei. Zwei. Diagonal. Noch vier. Drei. Zwei. Nochmal front. Oh, ich bin aus der Puste. Auf die Ferse. Ich habe die Uhr heute nicht angeschaltet. Aber danach schreibe ich auf jeden Fall, was bei uns war, wie viele Kalorien wir verbrannt haben. Okay. Noch vier. Drei. Zwei. Wir bleiben mit rechts oben. Pona hinten. Fuß ran. Körper. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Bleib unten. Halte. Schulterblätter zusammen. Fuß ran. Flex. Sehr gut. Vier. Drei. Zwei. Wir gehen vorsichtig nach oben. Linke Ferse geht nach unten. Wir gehen hoch. Tief. Und hoch. Tief. Zwei Stück. Kann sein, dass das Lid gleich zu Ende ist. Bleib unten. Dann machen wir ohne Lid. Halten, halten. Spannung im Bauch. Schulter weg. Vier. Drei. Zwei. Marschieren unten links. Tief Front. Diagonal. Nochmal Front. Auf die Ferse. Ja. Doch, die schaffen wir. Die reicht noch. Letzte vier. Drei. Zwei. Linke Ferse bleibt oben. Po nach hinten. Körper. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Bleib unten. Halte. Schulterblätter zusammen. Spannung. Fuß schön hoch. Wir gehen vorsichtig nach oben. Ferse. Rechte Ferse. Tief. Wir gehen hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Zwei noch. Bleib jetzt unten. Ferse ist unten. Spannung im Bauch. Hüfte vorne. Schulterblätter zusammen. Leicht nach vorne neigen. Vier. Drei. Zwei. Wir kommen einfach nach unten. Lockern die Beine. Noch ein bisschen die Schulter und der Körper. Einfach stehen bleiben. Arme auf. Runde Rücken. Nochmal öffnen. Die Musik ist gleich zu Ende. Nochmal offen bleiben. Nach oben. Und fallen. Und jetzt langsam Wirbel für Wirbel den Rücken aufrollen. Die Musik hat doch nicht ganz gereicht. Aber macht hier nichts. Wir sind schon fertig. Locker. Und schön einzeln. Super. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Nochmal. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir haben uns gefreut. auf jeden Fall, dich wiederzusehen. Hoffentlich auch nächstes Mal wieder. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, einfach Daumen oben lassen. Abonniere den Kanal. Dann verpasst du die Videos nicht. Oder mach einfach noch weiter. Das geht auch. Da sind noch genug Videos. Genug Workouts. Und heute wünschen wir auf jeden Fall. Bleib gesund. Und bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.